Rührendes Ereignis im Hotel Adlon Bei einem Klassentreffen trafen sich die ersten Adlon zu bis wieder.Die erste Adresse am Platz, die ersten Auszubildenden im neuen Hotel Adlon Als das traditionsreiche Fünf-Sterne-Haus 1997 nach dem Wiederaufbau öffnete, fingen auch die ersten Lehrlinge dort an. Jetzt, gut 21 Jahre später, trafen sich einige von ihnen zum großen Wiedersehen in ihrer alten Arbeitsstätte.Hotelfachleute, Köche, Restaurantfachleute Seit 1997 bildet das Hotel jährlich etwa 80 junge Menschen aus. 16 der ehemaligen kamen am Mittwochabend zurück. Nach einer Führung durch das Hotel gab es ein festliches Abendessen im schicken Bundeszimmer mit Blick auf den Pariser Platz.Caroline Schmidgläser 40 lernte damals Hotelfachfrau. Ich fand es sehr aufregend, im Adlon zu arbeiten, sagt sie. Es gab ein blindes Vertrauen untereinander und einen ganz besonderen Geist. Mein Highlight war sicherlich der Clinton-Besuch 1988. Er hat uns sogar die Hand gegeben. Auch Gründungsdirektor Gianni van Dalen 72 war bei dem Klassentreffen mit dabei. Ein Hotel ist wie eine Familie, sagt er. Das muss man an alle Mitarbeiter weitergeben. Wir sind in erster Linie Gastgeber. Wie hat er das seinen jüngsten Mitarbeitern vermittelt? Mit Begeisterung und Freude an der Arbeit. Alle haben große Augen bekommen. Jennifer Kersten 39 begann 1998 als eine von drei weiblichen Kochazubis im Adlon. Es war schon etwas Besonderes. Wenn ich erzählt habe, wo ich arbeite, haben alle geguckt und große Augen bekommen, sagt sie. Doch wir haben auch einen großen Preis dafür gezahlt. Wenn man 16 Stunden am Tag gearbeitet hat, war das eine harte Schule. Aber ich würde es zu jeder Zeit nochmal machen. Heute leitet Kersten eine Kindertagesstätte. Vor dem Essen gab es ein Gruppenfoto im Foyer. Dort, wo die Adlon zu bis auch vor 21 Jahren fotografiert wurden. Das ist ein Gruppenfoto im Foyer. Das ist ein Gruppenfoto im Foyer.